hallo und herzlich willkommen zum großen preis von australien hallo im gestrigen qualifier unser magnum und ich werden es tatsächlich geschafft uns auf eins und zwei zu positionieren keine ahnung wieso waren fehler nicht geschickt und ich gucke mir jetzt mal ich gucke mir jetzt mal die rennstrategie an und offensichtlich klappt das mit den reifen so wie wir das gestern geplant haben nicht ich bin jetzt nicht auf den weichen reifen naja aber ich denke mal strategie bearbeiten wird schon laufen ich kann die staats reifen nicht ändern wir beginnen jetzt bleibt auf den ich bleibe auf dem mittleren wo wir jetzt loslegen möchte ich noch ein paar worte der motivation sagen möchte eine kleine text zeile zitieren aus dem wunderschönen schön lied number one das lied ist von manowar alles klar gut 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 alles klar so the time is come let's the game begin here the starting gun let the contest begin play hard fight to win das was du ganz toll gemacht hast aber keine angst das mache ich nicht vor jedem rennen dann mache ich jetzt nur zu beginn doch mama irgendwann das nächste mal was von goethe zitiert haben dann musst du das nächste mal was zitieren okay an meiner rennstrategie ich habe nur kurz überlegt ob ich einen stint mache mit harten reifen aber das würde mir keinen boxen stop weniger bringen deshalb lasse ich das jetzt alles so wie es ist und ich wäre bereit nicht bereit bereit nicht bereit bereit so wir haben das rennen gestartet ich mache rennen starten und los geht es ist ja erstmal nur eine die reifen temperatur angezeigt rechts ich habe allerdings keine ahnung was jetzt eine ideale reifen temperatur ist also ich glaube wenn es alles noch in dem bereich ist und das grün ist das ist glaube ich in ordnung der motor ich denke mal das ist ja was wir das grün da leuchtet das ist in ordnung ich weiß nicht doch kann sein dass grün kalt ist ich weiß es nicht vielleicht müssen sie ja blau sein war hat mich zu sehr auf das tue ich nicht das war schon vor dem rennbeginn kollisionen haben wir haben jetzt keine ahnung ob wir jetzt damit diese einführungsrunde ob wir da eigenständig unseren startplatz finden müssen oder ob das eventuell freundlicherweise der computer übernimmt so meine reifen sind jetzt waren gerade kurz auf 600 grad meine noch nicht jetzt sind sie wieder runter auf 300 jetzt wieder auf 600 oder sind dass die das in die bremsen dass in die bremsen die reifen sind auf 100 stimmt stimmt hast du recht die reifen das ist jetzt in der lagerie fahrer getrunken und er hat sie uns nennen ist gerade bei mir sehr niedrig aber automatisch jetzt werden wir nicht mehr tatsächlich der Computer fährt. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh my fucking. So. Warten, bis alle eingeparkt sind. Let's go. Let's go. Kuppeln, warum kuppeln? Was kuppeln? Du musst nichts kuppeln. Ich hoffe es. So, ich gucke in den Rückspiegel. In den Rückspiegel gucken. Macht aber auch Sinn. Okay. Jetzt dürften sie so langsam stehen. Gleich geht's los. Okay, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Okay, alles klar. Viel Erfolg, ne? Dir auch. Go. Ich werde ja direkt attackiert. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich wurde abgeschossen. Nee, ne? Vettel ist in mich reingedonnert. Scheiße, dann sieh zu, dass du wieder herkommst. Mit deinem Wangen ist okay? Nein. Was ist los? Frontflügel ist zernichtet. Versuch irgendwie wieder ranzukommen. Macht keinen Sinn. Was ist denn gewesen? Boxenstopp. Ja, okay. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ich war... Ich war auf Platz 2 nach der Kurve und in der Kurve ist mir Vettel reingeklatscht. Scheiße. Kaum muss nicht der Wellen da jetzt auf Position 22 fliegen. Ja, die kommt dann noch ran. Möchtest du die Strategie ran oder mit Plan A Reiter machen? Ich hab das im Gefühl, dass du noch ran kommst. Auf jeden Fall. Hab jetzt harte Reifen verlangt. Das Problem ist, ich bin jetzt nicht nur auf dem letzten Platz, sondern hab halt auch ordentlich Rückstand. Also selbst... Tja, ich glaube nicht, dass ich... Schauen wir mal. Sieh zu, du schaffst das. Du kommst da noch ran. Die letzten fahren auch nicht so gut. So, ich sehe jetzt die Fahrer wieder auf der Minimap. Die sind so drei Kurven vor mir. Aber ich hatte mit der Kollision jetzt nichts zu tun, ne? Nein. Nein, nein, nein. Ich war weiter weg von der Falle. Ich wurde von hinten von Vettel abgeschossen, obwohl ich vorne war. Komplett vorne mit dem ganzen Auto. Auf der Ideallinie. Und beim Einlenken wieder nach links. Jetzt versemmel ich es sogar in die Boxen, um das 1 fahren, was mir noch nie passiert ist. Sehr schön. Aber die Karre war ja sowieso kaputt. So. Okay, ich habe ja gehört, dass du in der Box bist. Jetzt gibt es eine neue Nase. Das heißt, ich werde auch eine Standzeit haben von 20 Sekunden. Hauptsache, ich überrunde dich jetzt nicht noch. So, ich stehe jetzt schon seit 20 Sekunden. 21, 22. Ah, nee, das ist die gesamte Boxenstopp. Standzeit von 10 Sekunden. Du hast noch einen Boxenstopp. Einen Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Und der Boxenstopp kostete mich eine halbe Minute. Ja, ich hatte ja... So ist Formel 1. Ich hatte ja die große Hoffnung, von Position 2 aus nicht am Start den Abflug zu machen. Das ist mir aber auch schon mal passiert, auch in Australien. Also, da ist mir einer irgendwie auch reingebrettert oder so. Wobei ich glaube, ich bin auch einmal einem reingebrettert. Also seitlich so haben wir uns so verkantet, ne? Meine erste Runde war 2 Minuten 40. Das sind, ja, quasi zwei Runden für dich, ne? Fast. Ja, fast. So, ich stelle mein Benzingemisch auf Fett, um zu gucken, dass ich da irgendetwas rausreißen kann. Solange das Feld eventuell noch langsam ist. Da kommst du noch ran, mach dir keine Sorgen. Dafür sind deine Rundenzeiten zu gut. Na ja, schauen wir mal. Auto ist schwer. Aber gut, das trifft ja auf alle zu. Da habe ich jetzt die harten Reifen. Die sind natürlich langsamer. Und eventuell kann ich das jetzt ausgleichen. Und vielleicht kommt ja irgendwann nochmal das Safety Car. Wenn ich ein paar Runden Fett fahre. Das würde mir jetzt natürlich helfen. Ja, mir nicht. Es wäre aber noch nicht tragisch für dich, weil du wahrscheinlich jetzt noch kein... nicht jetzt schon 10 Sekunden Vorstellung von dem Fett hast. Nee, 10 Sekunden nicht, nee, nee. Ich fahre mich erstmal hier ganz locker warm. Ja, das ist Formel 1. Ja, das ist es halt nun, ne? Aber ich wollte doch Hard Playen 2 gewinnen. Aber da hat wohl der Fettel, der auf Position 21 ist. Und immerhin hat er auch einen draufgekriegt. Ja, das hätte er ja auch anders tun sollen. Ich erkunde mich mal eben nach ihm. Fahrer vor mir! Fettel liegt vor dir. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 35,8. Der Abstand beträgt gerade 50 plus Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. 50 plus. Oh. Und er ist eine 35er Zeit gefahren, trotz Crash. Oder nee, das war schon die zweite Runde. Naja, das wäre ja sonst ein bisschen komisch. 1,35er Zeit gefahren. Respekt. Mit vollem Tank. Aber warte ab, du kommst da noch ran. Ja gut, ich sehe jetzt im Moment jetzt auch Fettel jetzt auch nicht als meinen Gegner, weil der wird sich zwangsläufig auch im Feld weiter nach vorne arbeiten. So, auch ich eine 1,35, äh, 1,35, 2 jetzt gefahren. Wie sieht deine Zeit aus bis jetzt? Ich komme gerade wieder ans Ziel. Mal gucken, was ich da so drauf habe. 1,32, 3. Soll das amtlich? Das war amtlich gerade, also das war jetzt... Das ist mit so schnell wie ich im Qualifying, allerdings mit vollem Tank. Aber ich fahre ehrlich gesagt noch keine Kampflinie, muss ich sagen. Also das, so so, was das auch klingt, weil, ähm, ich versuche mich echt erstmal warm zu fahren. Also ich drücke jetzt nicht so hart aufs Gas wie im Qualifying, würde ich mal so sagen. Weil ich mir einfach zu unsicher bin. Das Auto verhält sich jetzt ja halt auch ganz anders, weil es 100 Kilo schwerer ist. Ja. Es ist ganz interessant, es ist ganz anders in der Kurve, ne? Es ist ganz interessant, da im freien Training dann auch mal die Karre voll zu machen, um zu gucken, wie der dann im Rennen ist. Schade, schade, Schokolade. Warum soll ich denn diese Runde schon an die Box kommen? Ich will doch nicht diese Runde an die Box. Check deinen Reifenabrieb und entscheide selbst. Du musst darauf aufpassen mit den alternativen Rennstrategien. Übrigens... Wo war die Anstellung nochmal? Zweimal auf B und dann je höher die Prozentzahl, desto mehr Abrieb. Das geht noch. Übrigens habe ich jetzt herausgefunden, dass wenn die nach einer alternativen Strategie fragen, dann muss man das nicht via Steuerkreuz bestätigen. Man kann das auch mit Kommando ablehnen. Mit Sprachkommando. Mit... Ich glaube, die Kommandos sind alternative Strategie... Ne, Strategie ändern oder Strategie nicht ändern sind, glaube ich, die Kommandos. Dann geht das weg. Dann kriegst du auch keine... keine geisterhaften... Anfragen, dass du in die Box fahren sollst. Fahren sollst. Weil du kannst auch die Strategie ändern, ohne das zu bestätigen, indem du dann einfach in die Box reinfährst, wenn die blaue Linie kommt. Deshalb, wenn die dich das fragen, solltest du das dann, wenn du willst, immer ablehnen. Mhm. Oder halt annehmen. Ich habe jetzt natürlich meine Strategie geändert. lange draußen bleiben, eventuell... Also ich muss jetzt gleich in die Box auf jeden Fall. Also ich hätte ja eine Zwei-Stop-Strategie gehabt und da ich jetzt sehr, 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 ja, direkt am Anfang drin war, wenn ich auf den harten Reifen lange genug draußen bleibe, könnte ich es ja eventuell schaffen, daraus eine theoretische Einstrupf... Pascal ist an die Box gefahren. Pascal ist jetzt an der Box. Ja, ich bin jetzt gerade in der Box. Ja, das wurde mir gerade gesagt. Schade, dass da jetzt Pascal gesagt wird. Also für dieses Let's Play bist du der Pascal-Magnum. Okay, gut. Aber sehen tust du mich ja dann als Magnum dann, wenn ich fahre. Ja. Alles klar, jetzt wurde ich überholt und fahre mit weißen. Also mit ganz harten. Echt? Das ist natürlich echt beschissen, ja. Ich bin mir glaube ich... Irgendwie glaube ich nicht, dass du das wolltest. Boah, Alter, fahren die heftig schlecht. Irgendwie glaube ich nicht, dass du das wolltest. Äh, ich hatte nämlich auch die andere Strategie drauf. Das wurde mir anders angezeigt. Ich hatte nämlich vor allen Dingen auch die Reifen drauf, die ich am Anfang gefahren bin im Qualifying und nicht die zweiten. Vielleicht muss man da mehr als nur einmal raus und wieder rein. weil als ich es, äh, im normalen Modus getestet habe, da ging das so. Aber vielleicht muss man damit dann doch noch eine fliegende Runde machen, damit die dann akzeptiert sind. Fahrrad vor mir. Vettel vor dir. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,5. Etwa 40 plus Sekunden Abstand zwischen euch beiden. Du nimmst ihnen pro Runde 2,5 Sekunden. Hamilton ist gerade vor mir. Ich bin gerade direkt vor mir. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Ich nehme Vettel gerade zwei Sekunden pro Runde ab. Es sind nur noch 40 plus. Aber seine Reifen sind doch hinüber. Wahrscheinlich sind die jetzt nach sieben Runden seine Superweichen jetzt abgefahren. So, ich habe jetzt gerade Hamilton per DRS überholt. Aber wenn ich jetzt ein bisschen aufhole, könnte ich vielleicht nach dem Boxenstopp vor Vettel landen. Die Frage ist, wann er in die Box geht. Wie lange er auf seinen runtergefahrenen Schlappen noch draußen bleibt. Rosberg führt derzeit. Habt ihn aber vor mir. Da wirst du wahrscheinlich nur warten müssen, bis er gestoppt hat. Hui, jetzt habe ich aber hart abgefürzt gerade. Eine 1,34,5 geschafft mittlerweile. Jawohl. Ah, dieser Rosberg, der ist halt noch ein bisschen zu nah dran. Äh, ein bisschen zu weit weg, sagen wir es mal so. Gerade die Warnung, gerade eine Benzinwarnung bekommen. Ich sollte bald von Vett wieder runtergehen. Aber ich warte jetzt erst mal ab, bis das Feld an der Box war und sehe, wo ich dann lande. Da kann ich immer noch ein paar Runden auf dem Mager fahren. Also in meiner ursprünglichen Strategie äh, hätte ich gelbe Reifen bekommen sollen. So, ich überhole gerade Rosberg. Per DRS natürlich wieder. Ganz entspannt. Oh. Ich glaube, Vettel war in der Box, weil jetzt sind es plötzlich nur noch 17 Sekunden und ich habe ihn wohl nicht... innerhalb von zwei Runden 20 Sekunden abgenommen durch, äh, durch Skill. Doch, warum nicht? Nee. Das ist auch Skill. nicht mit 1,34er, 1,35er Zeiten. Ja, hast schon recht. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Einen Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in neun Runden. Ich habe noch einen Boxenstopp mit dieser Strategie und ich soll dann in neun Runden an den Start wieder in die Box kommen. Das wären dann in Runde 17 bleiben mir zwölf Runden auf Mediums. Okay, der Abstandsvorder man beträgt 18,7 Sekunden. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das hört sich eigentlich ganz okay an, zumal ich dann mit den harten Reifen zu diesem Zeitpunkt dann noch 17, 18 Runden gefahren wäre. Okay, ich glaube, Rosberg, ah nee, der kommt auch nicht. Oh, bei mir geht gerade das Telefon. Gut. Dann lasse ich es doch einfach mal klingeln. Ich hoffe, es ist niemand, der allzu hartnäckig ist. So, aber jetzt auf das nächste Mal auf Start und Ziel gehe ich jetzt wirklich mit der Mischung runter. Weil ich muss mit diesen Reifen ja auch ein bisschen haushalten. Dann stellen wir den Benzin mal wieder auf Regular. hoi, 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 hoi. So. 50% sind meine Reifen runter. Ach du Scheiße. Er hat mir auch schon wieder eine Spritwarnung bekommen. Gegeben. Ich sehe einen Fahrer vor mir. Wer ist es denn? Nicht Vettel. Räikkön? Räikkön? Was macht Räikkön auf der 21? Hast du den nicht gerade überholt? Ne, habe ich nicht eigentlich. Also Räikkön ist auf der 21. Und ist jetzt vor mir. Okay. Das wären dann schon mal zwei Top-Fahrer. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,2 Sekunden. Das wären dann schon mal zwei Top-Fahrer, die eventuell keine Punkte bekommen. Was für einen Konstrukteurstitel schon mal nicht schlecht ist. Und ich habe jetzt vier Sekunden Abstand auf ihn. Das ist doch recht ordentlich. Ja, das ist immer noch recht ordentlich, ja. Also Vorsprung? Ja. Wer ist Zweiter im Moment? Button ist Zweiter. Ja. Da musst du aufpassen. Der Button ist auch so ein Boxbahnfahrer. Räikkön, Vettel und Button, ne? Oder wie? Also irgendwas muss mit dem Räikkön passiert sein. Er war ja irgendwo auch in den Top-5. Vielleicht ist er in der Box gefahren. Dann müsste er das aber schon zum zweiten Mal gemacht haben. Warum? Weil er ist, weil er eine schöne Runde 11 sind und er vor zwei Runden plötzlich aufgetaucht ist. Also entweder hat er schon sein, nee, das kann doch, entweder hat er schon seinen zweiten super weichen Reifensatz runter. Aber er hat doch super weiche drauf. Das Check-in. Also ich tippe drauf, dass er einen Unfall hat. Das werden wir erst am Ende des Renns sehen, ne, glaube ich. Ich muss aufhören, diese Kurve da zu schneiden. Huiiii. So. Das ist ganz entspannt hier eigentlich. Aber Bottas ist Dritter. Das ist doch auch ziemlich komisch, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo der bei Start war. Aber ich hole... Der war, glaube ich, 10. Ich glaube, der ist 10. Ich glaube, der ist 10. gewesen. Ich hole jetzt aber auch... Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,0 Sekunden. Ja, 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 ja. Ich krieg den Reikön nicht. Jetzt sind es 6 Sekunden. Aber langsam macht sich auch der Abrieb auf meinen Reifen bemerkbar. Also mit dem Reifen soll ich doch durchfahren können, oder? Nee. Sicher, dass ich damit nicht durchfahren kann? Ich meine, du... Nee, du bist, du bist, du bist, glaube ich, in Runde 6, 7 rein. Zum Wechsel. Und die harten Reifen halten keine 22 Runden. Okay, wir haben jetzt Runde 13 und ich habe 28% Abtrieb. Meine sind bei 60%. Das heißt, ich muss nochmal ordentlich Vorsprung rausfahren, sonst wird das hier nichts. Und ich kann nur hoffen, dass kein Safety Car kommt. Ja, eine 2-Stopp-Strategie war ja auf jeden Fall. Also war nicht zu erwarten, dass du eine 1-Stopp-Strategie machst. Dazu hättest du schon mit gelben Reifen ins Rennen gehen müssen. Dann wäre das möglich gewesen. Wir machen denn die meisten 3-Stopp-Strategien jetzt, oder? Ich nehme an, die meisten machen 2-Stops. Ja, das glaube ich auch. Eigentlich, glaube ich, werden wir die einzigen sein, die 3-Stopp machen. Ich mache nur einen, also... Ich mache mir den einen ganz am Anfang. Wenn ich den nicht mitzähle... Wenn ich den nicht mitzähle, mache ich für das eigentliche Rennen, wenn es glatt läuft, nur noch einen. Oh, fucking... Ich habe gerade auf alles geachtet. Momentan meldet sich die Box bei mir auch gar nicht. Man hat sich schon ewig nicht mehr gemeldet. Jetzt hat der Wagen vor mir 8 Sekunden. Wie viel da bist du jetzt nochmal? Ich habe einen Platz gut gemacht durch Boxen-Stops. Okay. Ich bin jetzt auf 21. Aber ich lege jetzt auch keine guten Zeiten mehr hin. Ja, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren, damit ich ein bisschen Vorsprung rausfahren kann. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Und gerade sage ich, es habe ich eine total beschissene Kurve gefahren. Aktuell beibehalten. Ist angekommen. Beschädige. So, bin auf P19. Alles klar. Ist doch gut. Ja, aber mein Boxen-Stops nähert sich. Ich kurzele nur nach vorne, weil die alle ihre Boxen-Stops machen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Er fragt mich jetzt hier dauernd nach anderen Strategien. Ich habe es gerade schon abgelehnt. Aktuell beibehalten. Okay, geht in Ordnung. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen Versuch? Sag mal, will der mich verarschen? Aktuell beibehalten. Verstanden. Geht in Ordnung. Möchte nicht noch einen Stop mehr machen. So, ich schicke mich an, ein Überholmanöver zu machen und mache einen Unfall. Ich schicke mich nicht raus. Nee, ne? Ja, wir haben so ein bisschen angeditscht. Pass auf. Vorsichtig. Immer vorsichtig. Nicht zu Kampflinie fahren. Flügel hat ein bisschen weit abbekommen. Aber das war ehrlich gesagt ein Verbremse. Ich wollte an der Stelle gar nicht an dem jungen Mann vorbei. Oh ja, die Reifen. Die muss jetzt deutlich früher bremsen. Boah ey, zwei Sekunden schlechter als die vorige Runde. Ey, das war mal gar nicht gut. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Also ich gebe dem jetzt keine Antwort mehr. Ich auch. Ich mache das gar nicht. Ich lasse mich überraschen. Irgendwann sagen sie mir, dass ich reinkommen muss. Aktuell beibehalten. Geht in Ordnung. Na gut, ist klar, dass sie mir jetzt was anderes anbieten, weil mein Frontflügel beschädigt ist. Ey, was fahre ich momentan gerade für eine Scheiße? Oh, andererseits. Ich würde jetzt auf hart wechseln und dann durchfahren. Du kannst nur einmal pro Rennen auf hart. Wenn du weiße hast, dann war es das. Achso, ich dachte, du hast keine weißen. Doch, ich bin direkt auf die weißen gewechselt, um lange draußen bleiben zu können. Achso. Aber ich glaube, ich muss jetzt doch nächste Runde rein. Müsste mir den gelben eine Runde länger draußen bleiben, weil mein Vorderreifen, der ist jetzt auf 82%, der kann jetzt jeden Moment platzen. Runde 17 war angedacht. Jetzt haben wir Runde 16. Das wäre dann eine Runde Länge auf den gelben. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Aktuell beibehalten. Alles klar. Boxenstopp. Mein Reifen ist platt. Das heißt? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Boxenstopp. Boxenstopp. Du hast eine Reifenpalle. Boxenstopp. Das heißt, dass ich jetzt schnell in die Box muss. Zum Glück sind es nur noch zwei Kurven. Ich werde nach hinten durchgereicht. Oh Mann. So, und wenn sie mir jetzt keine gelben aufziehen, habe ich komplett verloren.